Writers of these stories are worse than tyrants that's a little much. I don't care. Oh. Felix. Such blind enthusiasm is dangerous. Be more moderate in your passions. They're just fans of your Geschichten. You know something Felix? Give it to him. You are exactly like the knight in this story. Excuse me? Best comeback. On the surface he's sarcastic and intimidating. But underneath he's kind and cares for his friends. Disgusting. Stop looking at me like that. Oh. See? Right there. That's just what I mean. You sound exactly like him. Willkommen zurück zu Kommentari. Ich bin Ari und wir spielen heute Fire Emblem Free Houses weiter. Auf in den Kampf! Aish wünscht dich anscheinend zu sprechen. Hast du Zeit? Natürlich, für Aish immer. Na, das verdanken wir deinem Geschick beim falschen. Hm. So anders war's nun auch wieder nicht. Naja doch schon. Vermutlich hast du recht. Na so schlimm war's nun auch wieder nicht. Wow. I guess you must get used to it. That's really incredible though. Und was ist das denn für ein Buch? Und was ist das denn für ein Buch? Ich war's nun. Ich hab mich das schon mal lernen. Gib mir das Buch! Hey Creep. Nicht die Merch. Was das? Somebody catch that thief. Cut ihn in half, wie meine Kosten. Bist du dir ganz sicher, Ash? Just as soon as I catch him. Head on back to the monastery, Professor. I'll take care of everything here. Man, Ash is so cool. I like him. Er ist so, er ist so ein Cinnamon Bun, aber auf der anderen Seite ist er auch ziemlich cool, you know? Du möchtest wissen, was Bernadetta so macht? Willst du ihren Besuch? Okay, ja, klar, besuchen wir Bernadetta. Wir haben übrigens die Herzen ausgemacht, also... Danke, Frau Bernadetta. Ich werde meinen Weg nehmen. Oh, gut. Tschüss! Tschüss! Was ist denn so schrecklich? Oh je. Aber ich kenne das Gefühl. Jedenfalls scheinst du aber vor mir. Keine Angst haben. Hm. Ich bin jedenfalls froh darüber. Oh, wieso? Also... Was ist das? Ich bin froh darüber. Ich bin froh darüber. Ich bin froh darüber. Ich habe sie draußen gemacht. Ich habe sie vergessen. Das ist die Gefühle. Ich habe sie draußen gesagt. Ich bin froh darüber. Ich bin froh darüber. Ich kann es wirklich durch die Klasse. Ich bin froh darüber. Ich bin froh darüber. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ihr nicht hier war. Oh, das ist alles in Ordnung, Honeyboo. Du bist zwar noch nicht in meiner Klasse, aber... Übrigens, was hast du im Gewächshaus gesungen? Du siehst das? Du siehst mich? Das ist eine Lange, Professor. Ich singe? Ich? Warum würde ich singen? Ich würde nie singen! Ich habe nie so verurteilt! Ich bin nicht verurteilt! Ich bin nicht verurteilt! Alright, dann... Und Unterstützungslevel C erreicht. Nice! Jetzt müssen wir die alle abklammern. Na, gucken wir uns Felix halt auch an. Hm, ja. Hm... Du hältst mich für eine würdige Gegnerin? I mean, I'm his... I'm his teacher, so... Ja, warum nicht? Ja, ja... Wieso bist du eigentlich so versessen darauf, stärker zu werden? Hm. Hm. Ich... Ich habe nie wirklich gedacht über das. Ich habe gelernt, wie ein Wälder ein Wälder, bevor ich habe zu schreiben, mein Name. Natürlich, meine Aufmerksamkeit war nicht unique. Das ist wie es für alle Kinder in meinem Land. Du bist kein Wälder, wenn du nicht ein Wälder ein Wälder kannst, wie es dein Wälder ist. Es war die perfekte Umgebung für mich. Ja, das macht eine Menge Sinn, wie er drauf ist jetzt. Ähm... Nur mal lass mich ein bisschen an mich selbst. Also ich meine an Veilers. Mein Geist ist aus allem, aber nur das Wälder der Herausforderung. Alright, let's go. Let's go. Noch jemand? Nee. Alright. Oh, wow. Perfekt. I can do better now. So this is how it's done. It all makes sense now. Nice. So, wieder... Freizeit. Und wieder kein Internet. Ich fix das jetzt mal. Hä? Schon wieder? Okay, ja, äh, ich hab Internet, aber ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert. Wir kriegen ja keine Verbindung. Ich würd sagen, äh, wir machen jetzt einfach mal mit den Examen weiter. Wir haben nämlich ne Menge zu tun. So, wir können Dieb... Ah, wir können Dieb spielen. Klar, wir bräuchten nämlich für die nächste Mission eigentlich einen Dieb. Wie kriegen das hin? Wie viel Speed haben wir? 14. Äh, das bringt uns nicht ganz so viel. Äh... Ich überlege grad... Ich überlege echt, was wir machen. Okay. Machen wir es uns einfacher. Ich glaub nämlich, dass A bedeutet, dass wir das ausgerüstet haben. Und ich hab keine Ahnung, warum wir alle noch Prima-Stufen haben, weil wir schon Sachen abgeschlossen haben danach. Ähm... Kann ich Past Ari grad nicht verstehen. Aber... Ich würd sagen, wir machen Did You mal... ...zu einem Ritter. Ich mag Faustkämpfer einfach nicht so. Tut mir sehr leid. Machen wir es mal. Ritter, klingt gut. Hundert Prozent. Kann nicht schief gehen. Du schaffst das Did You. So. Ich pass. You did. Ähm... Warte mal kurz. Ich muss mal kurz nachgucken, ob sie dieses Kind schon freigeschaltet haben. Alter, ich bin grad so verwirrt. Also, okay. Also, er hat... Diese... Er hat... Er hat... Er hat die Klasse Kämpfer. Aktuell. Okay. So. Und der Kämpfer kann... Stärke plus zwei. Alright. Jetzt kriegt er nach 60... Ah, Erfahrung der Einheit. Okay. Also, wir haben die noch nicht gemeistert. Alright. Was passiert jetzt, wenn ich die Klasse wechsle? Hm. Hm. Okay. Wir probieren mal nochmal jemand anderen aus. Einfach mal Felix. Und ich... Ich hab sowieso vorher gespeichert. Also... Ähm... Das heißt, ich werd mal Dieb. Who cares? Ich werd Dieb. Ähm... Just to find out. Go on pass. That would be really convenient. Ja. Erledigt. Alright. Bin jetzt ein Dieb. Nice. So. Blablabla. Hallo. Ja. Und... Wie sieht das jetzt aus? Wird es resettet? Die Erfahrung nicht gemacht? Erfahrung. 100... Hä? So. Da brauch ich noch 100. Um die zu meistern. I guess. Wenn ich jetzt zurück auf die andere gehen würde... Könnte ich mir das trotzdem erholen. Es wurde nicht resettet. Weil Mimidone hat Bono 25. Das war glaub ich vorher auch so. Alright. Also wir können das auch später nachholen. Weil ich brauch jetzt unbedingt ein Dieb. Ähm... So I guess. Wir werden jetzt erstmal ein Dieb sein. Äh... Und die müssen wir gleich mal umstellen. Dass er dann auch die andere Klasse nimmt. Ähm... Oder können wir auch später machen. Ich guess. Aber es ist ein bisschen ein Fortschnitt. Weil die halt die Level verpassen. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ob es so wichtig ist. Diese 5 HP oder was auch immer die da kriegen. Ob die sich wirklich lohnen. Und ich glaub ich... Ich glaub ich mach jetzt einfach alle neuen Klassen. Alright. Hast du auch bestanden. Wunderbar. Das System finde ich irgendwie total verwirrend. Ja. Ja. Bitte geh in die neue Klasse. Tilvain. Wär cool wenn du langsam mal reiten könntest. Wieviel brauchst du noch? 40. Dauert mir so lange. Werd Cavalier. Fertig. Hätten wir letzte Runde... Letzten... ...Kampf schon machen können. Das wäre gut gewesen. Aber naja. Ehrlich diese Bonus-HP und so brauchen wir noch alles. Ah. Okay. No big deal really. Egal. Vielleicht... Vielleicht tolle ich das wirklich dann mal noch in dem Mission oder so nach. Aber es bringt einfach nichts die Stats jetzt so zu verpassen. Weil die einfach einen besseren Growth haben wenn wir weg sind. Und ich fang an mich zu wiederholen. Ich mach das hier einfach mal schnell zu Ende. Schick sieht sie aus. Oh sie hat einen Werte-Bonus bekommen. Nice. Das heißt ihr Wert war so niedrig. Dass sie sie einfach mal ein bisschen booten mussten. Ich hab nicht genug Siege. Ist das ärgerlich. Genau eins fehlt. Weiß nicht ob ich sie jetzt zum Kavalier machen soll. Oder zum Pegasus-Ritter. Eigentlich möchte ich beides haben. Bin ich ganz ehrlich. Ich mach mal Pegasus-Ritter. Ich glaub wir... Ich glaub das wird ganz gut in dieser Mission. Am Ende wollen wir eh beide haben. Aber... So haben wir hier einen Schwung. Schwung neuer Klassen. Schwung neuer Klassen. Ja. Und dann guck ich mal ob ich die anderen irgendwann mal nachhole. Aber ich glaub nicht so. Obwohl die Quatsch die geben. Das sind nicht diese Plus 5. Das sind die Originalen die ich gemastert habe für diese Plus 5. Apropos. Ich würd mir auch gern mal meine Einheiten ansehen und deren Fähigkeiten. Ich bin mir nämlich nicht sicher ob wir überhaupt irgendwelche ausgerustet haben. Ah. Hier. Kampftechniken bei der Klassen... Klassenwechsel. Ach ich kann die einfach jederzeit wechseln. Ach. Okay. Gut. Das ist sehr gut. Ah. Da stehst du auch so ein Kreuz damit ich gemacht habe. Okay. Okay. Naja. Okay. Das macht schon viel mehr Sinn. Tut mir leid. Ari aus der Vergangenheit. Ich hab gedacht du hast echt Bullshit gemacht. Aber ne. Das war auch schon alles so richtig. Ich hab dir jetzt ein bisschen was vorweggenommen. Also. Ich hab mir ein bisschen was vorweggenommen. Ich bin ja die Zukunft Ari. Aber ähm. Ja. Okay. Okay. Erstmal. Was ich jetzt will ist Fähigkeiten verteilen. Wir haben anscheinend schon ein paar. Ach. Wir können jetzt stehlen. Weil wir Dieb sind. Äh. Diese Einheit steht ein Gegenstand. Keine Waffe von einem Gegner mit geringem Geschwindigkeitswert. Ehrlich gesagt. Ganz ehrlich. Vielleicht brauchen wir das nicht mal. Vielleicht brauchen wir das gar nicht mal. Ähm. Wenn ich es mir so überlege. Aber gut. Wir haben hier Schwert. Ach. Haben wir ausgerüstet. Ach. Wir haben die ausgerüstet. Ich dachte die haben wir nie ausgerüstet. Okay. Okay. Never mind. Dann haben die ja alle schon ihre ausgerüstet. Ich dachte die haben die nicht ausgerüstet. Alright. Alright. Okay. Dann ist das alles gut. Ich dachte das hier wäre das Inventar. Und das hier oben wären die die wir ausgerüsten können. Never mind. Okay. War nice. Okay. Es sieht alles gar nicht so schlimm aus wie ich dachte gerade. Ich bin gerade aus allen Wolken gefallen und dachte was habe ich denn jetzt irgendwie das letzte Jahr gemacht als wir gespielt haben. Aber nee ist alles okay. Ist alles okay. Okay. Entwarnung. Definitive Entwarnung. Wollen wir doch die Unterstützung machen bevor wir losgehen. Ähm. Um jetzt mal ein bisschen was Nettes zu haben nachdem ich mich so aufgeregt habe. Ja nicht aufgeregt aber ihr wisst was ich meine. Okay. Gucken wir mal. Wir haben nämlich auch Unterstützung hier. Genau. Mit Leuten die nicht aus unserem Haus sind. Oh Gott Ferdinand. Mussten wir es antun. Ne warte es Ferdinand und Dorothea oder? Ah. Dorothea. The dining hall seems so much brighter with you here. 30. I must say you are quite adept with flattery. Please give me some more. Flattery? No. I was not. There you go with that attitude again. Why do you reserve such cold treatment for me and me alone? Do you hate me Dorothea? Or have you some other reason to avoid my company? I underestimated you. I assumed your noble upbringing had doubled your perception. But you got it right on your first try. I hate you. Huh. I was right. Might I ask why you find me so despicable? I can scarcely guess. Don't waste another minute thinking about it. That will not do. I do not think you would hate a person for no reason. Hmm. Perhaps. How's this? If you can guess why, I'll let you know if you're right. The brains of us common folk are so simple. It should be pretty easy for a big shot noble to sort out. Very well. I cannot walk away from a challenge. I have no choice but the chance to guess. You are always making fun, calling me a big shot and so forth. Perhaps you think all nobles are... No, it cannot be that simple. Oh? What can't be that simple? Oh? What can't be that simple? Oh, please. Please. Will you not give me a clue? Well, let me see. A good clue? I know. It's because you're like a bee. That ought to be enough of a clue. So long, 30. A bee? I haven't the slightest. Perhaps because I am such a diligent worker? Oh boy. What a bad side of her. Is there anything else here? Alright. Uhm... Alright. Äh... Hier wurden wieder viele Supports gemacht. Dimitri and Sylvain. Wird wahrscheinlich ziemlich witzig. I'd better avoid the training grounds. I swear his highness never sleeps. You're out late Sylvain. Is it safe to assume you've been wildly carousing with women? I'm afraid that behavior simply will not do. Ah, your highness. Hello. No, I was not wildly carousing with women. There was only the one. Let's just forget you saw me. Agreed? Oh, come on. Unfortunately, I can't do that. It's time someone talked some sense into you. And it seems the task has fallen to me. Multiple people have tried, Dimitri. I'm not saying you can't enjoy yourself at night. But you must learn the art of moderation. Again and again you end up wandering the streets until the early morning. Okay, I get it. I don't need one of your lectures. I've got them all memorized anyway. I promise I'll be better in the future. I'll stop going out at night. I'll focus more on my studies. And in return, you'll go into town with me. And we'll invite some cute girls to dinner. Shall we shake on it? The way your mind works absolutely confounds me. How did you even arrive at such a notion? You need to get out more. Naive and uptight is no way to live your life. Naive and uptight? Yes, well, compared to you, I imagine I'm downright run of the mill. I'm not so sure. Most men are experienced enough to know not to give a dagger to the girl they... Will you never let that rest? It was many years ago. Perhaps a good knock on the head will help you to finally forget about it. With your brute strength, a knock on the head could knock the life right out of me. You'd better watch that temper, your highness. So how about this? I'll try to behave, and you'll try to loosen up. If I do as you wish, will you truly promise to improve your behavior? What'd I just say? Of course I'll behave. A knight of Fargus never goes back on his word. What about you? I want to see you with a girl on your own. Oh boy. I am a man of my word. I will attempt to do this task. But you would better uphold your end of the bargain as well. Aha. Dimitri I'm listening. Yeah. I'll believe it when he introduces me to the lucky girl. Me? I'm volunteering. You always take even the silliest things so very seriously. This should be fun. Oh man, Sylvain bringt echt das Schlimmste oder halt das Verklemmteste aus Dimitri raus, ne? Ähm, naja. Aber man muss das doch sagen, Sylvain hat auch direkt die Herausforderung angenommen, because er ist actually ziemlich intelligent, ne? Haben wir ja schon bei Annettes Support mit ihm gesehen. Er hat viele Talente, die die meisten einfach unter seiner Fassade gar nicht wahrnehmen. Ähm, oh wow. Wow, Felix hat richtig viele Supports mit allen möglichen Leuten. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit The Dew an. Ich glaub das war ziemlich harter Tobak. Actually, wait, you know what? Das mit Annette anfangen, weil The Dew ist ziemlich harter Tobak. Bin ich der Meinung, deren Gespräch von dem, was ich mich vage erinnere. Oh. Oh, this mountain of sweets and treats that I long to eat. Oh, stacks of steaks and cakes and crumbs and yums. I hope I'm not interrupting. Felix, you weren't listening, were you? Nein. I've heard enough to know that you're hungry. No. I mean, well, yes. At least tell me you didn't see the dance. You have nice footwork. It was actually quite flattering for his standards. I can take over watering the plants. It's so sweet. You're evil, Felix! Wieso? Er war voll nett. You're shouting. You can't just spy on people while they're singing without even saying anything. It's not right. I actually did call out that I was coming in. It's not my fault you didn't hear. Well, you need to speak louder then. Ugh, this is so embarrassing. And of course I was singing some silly food song I made up. I should've been singing about bears. We're swamp beasties. I didn't realize there were songs about bears and swamp beasties. That food song seemed to be close to your heart. Your stomach isn't far from your heart after all. Oh, you are the worst! Das ist tatsächlich... Huh. What was that about? I better water these plants. Wouldn't want them to get thirsty or they might start singing too. Das ist tatsächlich eine der wenigen Szenen, wo Felix mal nett war. He actually was nice. Und sie war so peinlich berührt, dass sie es halt gar nicht bemerkt hat, ne? Aber er hat tatsächlich eigentlich sich gar nicht lustig über sie gemacht. Ähm, okay, so... Did you, Felix... Achso, das sind ja alles Konversation mit... Mit Felix. Naja, gut. Ähm, okay. Komm, wir schaffen did you. How do you follow him with such devotion? Do you really think a man like that is worth it? Fargus destroyed my homeland. Burned it all to the ground. Slaughtered my people. The punishment of Duskar. My father. My mother. My sibling. All were killed. We received no aid. No respite. Fargus murdered our dignity and torched our pride. His highness is different. He is the only one who sees my people as human. He risked his life to save mine. And it is thanks to him that I no longer wish for death. That's what we call blind obedience. Tell me. Would you give your life for him? Yes. And what if he commanded you to join him in his senseless massacre? I would do it. Even a massacre of children or the elderly or your own comrades. Without hesitation. You have misunderstood me. I am the sword and shield of his highness. Weapons do not have a will of their own. Blind obedience. You're right. I did misunderstand. I shouldn't have called you a lapdog. You're a rabbit cur. You and the boar prince make quite a team. Two crazed animals. I warned you not to mock his highness. I am aware you have a history of friendship with him. But one more word. I've said my peace. Scamper back to your master. I completely forgot how nasty is at the beginning. Man Felix. Alter. Was das nicht leichtes für dich zu mögen. Oh. Das war ja richtig. Also ich meine irgendwie beide auch. Also vor allen Dingen natürlich Felix. Also irgendwie so 90%. Aber. Did you. Wie weit er gehen würde ist schon krass. I must have left it in the library. Yes ey. Ich munter mich auf. Please. Oh. Wieder Bücher. Yes. Hey Felix. This is a surprise. I didn't think you had much interest in books. I'm already finished with that one. You can borrow it if you'd like. To be honest. Like. All of all of them. Vielleicht ist es nicht bei Dimitri mit dem ich am besten matche. Sondern Ash. I want Dimitri. I mean. I want a lot of people and things. Vom reinen Charakter her. I probably match the best with Ash. Which is. I mean. I guess it's not that surprising. But. I just noticed that. No need. I was just curious who it belonged to. Why not read a few pages at least. While you've got it open. I think you'd really like it. The plot is pretty different from a typical knight's tale. But it's still really good. Do you like stories about adventure and chivalry? No. I despise them. Yeah. Well. Have you tried reading any? You might find them really interesting. I know I do. What do you find so interesting? Well. For one thing. The knights in these stories are always gallant and brave. And they always value things like friendship, loyalty and justice. That's the kind of knight I want to be. Ridiculous. Ouch. Friendship. Loyalty. Justice. Only fools allow their lives to be ruled by such nonsense. Fools who get themselves killed for nothing. Only to be celebrated as heroes in books like this. Writers of these stories are worse than tyrants. They seize control of people's thoughts. That's a little much. I was only interested in... Mhm. I don't care. Oh. Felix. Such blind enthusiasm is dangerous. Be more moderate in your passions. They're just fans of these stories. You know something, Felix? On the surface, he's sarcastic and intimidating. But underneath, he's kind and cares for his friends. In the end, they become heroes together and conquer all obstacles. Disgusting. Stop looking at me like that. Oh. See? Right there. That's just what I mean. You sound exactly like him. I'm going to lend you this book. Really. I insist. Just give it a read, alright? Trust me. And you can tell me what you think when you're done. Why is this happening? Karma. Man muss Ace einfach lieben. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der Ace nicht mag. Okay, wir haben keine Unterstützung mehr. Das heißt, wir können endlich, endlich loslegen. Ach, wir haben noch einen freien Tag. Oh, okay. Was machen wir denn dann an dem freien Tag? Ich dachte irgendwie schon, dass es so weit ist mit dem Kampf. Okay. Ab Dozentenrang C kannst du einen Adjutanten anheuern, der eine Einheit deiner Wahl im nächsten Kampf begleitet. Die Anzahl der Adjutanten, die du für einen Kampf anheuern kannst, steigt mit deinem Dozentenrang. Adjutanten bieten je nach Klasse eine von drei Hilfen an. Folgeangriff. Adjutant führt manchmal einen Folgeangriff durch. Schutz. Adjutant verteidigt gegen Folgeangriffe und reduziert den Schaden. Heilung. Adjutant wirkt manchmal heilen am Anfang einer Runde. Adjutanten sind umso effektiver, je höher ihr Unterstützungslevel ist. Sie erhalten Erfahrungspunkte im Kampf, aber ihre Waffen verlieren keine Haltbarkeit und sie sterben nicht, wenn ihre Einheit besiegt wird. Und das ist mein Lieferant. Du hast großartig. Ich mag dieses Dich. Es war mein Vater's favorit. Das ist Spaß. Ich zeige dir meinen Künstler-Talent. Ich zeige dir meine Künstler-Talent. Und... hey! Keine Künstler! Künstler ist so viel Spaß. Jeder sollte sich geniessen sein, während sie es machen. Ich schaffe meine Sprache. Ich will nicht die Leute denken, dass ich mich für die Aufmerksamkeit bin. Aber wie loud ist TOO loud? Töne Äh, du möchtest wissen, was Dorothea so macht. Äh, okay. Ja, wir sind soweit eigentlich, was fertig ist. Well, I had fun today. Of course. You want to see me again, yes? Of course. I'd love you, Dorothea. Well, until we meet again. Warum klingt sie so böse? So manipulativ? Oh, hello, Professor. Were you watching that? Ja. Gestern war das jemand anders. Yes. Is there a problem with that? Look, I know what I'm doing. My claim is a diva won't last forever after all. I must look to the future. You might think about doing the same thing. Your beauty and your gorgeous won't last forever. Mm-hmm, thank you. Äh, ich hab mich wirklich mit dem einen Kommentar, ist ihre ganze Backstory grad mir wieder durch den Kopf gefallen. Also nicht die ganze, also soweit wie ich's halt gesehen hab in ihren Supports. Ähm, halt damals, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt hab. Ähm. Dear God, ja, ähm. I mean, it's not, not that malicious, as it sounds right now. But, ähm. Das Alter bereitet mir schon Sorge. I mean, ihr weißt was? Ja, wir stimmen ihr mal zu. Das Alter bereitet mir schon Sorge. I don't. Mhm. Same, I want Dimitri. Äh. I mean, dagegen ist nichts einzuwenden. Ich hoffe nur, dass es nicht nur das ist, also, like, you know. Es ist halt ein Unterschied, ob du wirklich dich in jemanden verlieben willst, oder einfach nur in eine Geldbörse willst, right? Wir können uns umeinander kümmern. Ja, ich denke, wir könnten gute Freundinnen sein. I'm just smiling dumb. Like, I'm just a dummy smiling, yeah? Ich mag Dorothea, okay? Okay, wir sehen uns jetzt auch auf C. Actually, that's really good. Ähm. Weil, lass mich kurz mal auf meine Liste gucken. Das bedeutet, dass nämlich, warte, ich kann ja mal kurz hier, machen wir mal ein kleines Update, was die Supports angeht. Äh, die Recruitments. Äh, Unterstützung. Bei den Leuten, die ich nicht habe. Ferdinandat's Recruitment ist schon mal einfacher geworden. Ferdinand's Recruitment ist einfacher geworden. Ferdinand ist, glaube ich, aber relativ kompliziert generell. So, we're probably not gonna try that one. Lindhardt ist normal. Caspar, Dorotheas, ähm, Recruitment ist einfacher geworden, um ein ganzes Stück auch. Weil die nämlich ein bisschen kompliziert ist, aber das sind Stats, die wir sowieso gelevelt hätten. Ähm, die nächsten, die sich geändert haben, wären... Ich habe immer noch keinen Support mit Lincithia. Das gibt's echt nicht. Das heißt, die nächsten, bei denen es sich ändern sollte, wären Marianne, Lincithia und... Ja, ich glaube, es war es erstmal. Ähm, ja, okay. Äh, das ist mein Update und wir machen jetzt... Wir legen jetzt endlich mal los. Schon wieder kein Internet. Naja, egal. Claude hat Geburtstag. Ist nicht meine... Meine Crew? I don't care. Sorry, Claude. All right. Es ist soweit. Der Tag, auf den wir alle gewartet haben. Okay, also für diese Runde ist jetzt unser Wirt. Wir wollen, ähm, ein Dieb sein. Und hoffentlich noch zwei Speed, glaube ich, brauchen wir bekommen. Damit wir was klauen können. Aber ganz ehrlich, eigentlich brauchen wir es auch nicht. Warum verliere ich einen Punkt, wenn ich da hingehe? Naja. Ich würde ganz gern noch, dass die Leute, die... Ich glaube, Soldat haben. Vielleicht auch wirklich Soldaten maxen. Weil... An den Skill Reposition bekommen. Der ganz geil wäre. Das heißt... Das heißt, ich werde die Dude doch nochmal zurücksetzen auf die Prima-Stufe. Achso, ist er noch. Okay. Felix hatte... Mirmidon. Auch ganz praktisch. Machen wir auch nochmal zurück. Ich kann arbeiten mit diesem. Ähm... Brauchen ja auch alle nicht mehr viel. Ace bleibt, wie er war. Sylvain. Brauche ich einen Reiter? Doch. Ich glaube, er braucht das echt. Das ärgert mich so sehr. Obwohl, nee, weißt du was? Wir ändern ihn doch mal zu... Parvalier. Nur für diese Mission. Weil... Äh... Ich glaube, ich... Begrenzte Zugangzahl haben. Mercedes... Mönch. Ja, machen wir auch. Dammit. Okay, ich setze sie jetzt alle wieder zurück. Außer sie. Tatsächlich. Sie behalte ich, glaube ich, auf Magier. Weil sie so schnell wirklich die Magier zu Ende bringen muss. Ähm... Ja, ich bringe Mercedes auf. Ries da. Scheiß drauf. Ähm... Und Ingrid braucht den Speed, so... Also die Traversability... Also, ja, okay. Alright. Na dann, Mission Start. Die Wiedergeburtsteremonie. Während der Plan zur Ermordung der Erzbischöfin das Kloster erschüttert, vermuten die Studenten, der Feind könnte ein ganz anderes Ziel verfolgen. Voller Sorge bereiten sie sich auf die Wiedergeburtsteremonie vor. Recommended Level 7. Wir sind irgendwie schon zwölf. Umstrangloser. Umstrangloser. Bis zum nächsten Mal.